Frisch vom Bauern, dieser Rundkurs für Geländemaschinen führt von der Farm La Fuente Blanca zur Redwood Light Rennstrecke und zurück und beinhaltet Straßen und Geländerabschnitte und wir spielen als Rallye. Oh ey und tatsächlich bin ich Beifahrer, der Tobi ist Fahrer. Ist ja der absolute Wahnsinn. Und ich bin natürlich nicht der Fahrer. Nee, Currywurst habe ich es 10.000 Mal probiert, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, dass er mal Beifahrer ist, obwohl wir es 1.000 Mal gewählt haben. Und es hat nicht geklappt, wir spielen nämlich, wenn ihr die letzte Folge verfolgt habt, die äußerst spannend war, den Spielmodus Rallye. Und da, ja, da gibt es Action, ne? Mit der Sanchez bist du zufrieden, Tobi? Ja, ist okay. Können Sie grünen? Ja, doch. Probi, du kleine Schnuckipus. Ja. Ah, du 2,80 Meter Frau, hä? Wie geht's dir denn? Aber echt. Tobi hat ein bisschen Kopfschmerzen, hat er gesagt. Ja, so ein bisschen. Gute Besserung, Tobi. Ich bedanke mich. Gute Besserung wünsche ich dir. Oh, du bist gerade jetzt gespawnt. Freddy, Freddy, Freddy. Ja, muss lauter sein als der Sarrazar, ne? Nee, das wird nix. Ich überlabere den jetzt, Tobi, ne? Blablabla, blablabla, blablabla. Ja, mach einfach das, was du immer machst. Okay, ich kann die Strecke nicht. Also, da hinten, nächste, links. Nächste, scharf, links. Ey. Ja, ja, schön, schön mitgenommen. Und jetzt. Und dann, geradeaus, geradeaus. Jetzt, dahinter, links, jetzt links, links, links. Da musst du rein. Nein, da musst du rein, da musst du rein. Super, rein, rein, rein. Oh, fuck, sorry. Jetzt rechts, rechts, rechts. Ja, schön, alles noch drin, Tobi. Einfach folgen. Alles, rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Straße folgen. Rechtsrum. Und jetzt Gas. Gas, Gas, Gas. Gas geben, Gas geben. Da vorne sind sie ja schon. Ja, easy, einfach hinterher. Ich hoffe, ihr macht das schon. Wir fahren den einfach die ganze Zeit hinterher und dann überholen wir es am Ende. Genau, so machen wir das. Ganz cool. Einfach auf der Strecke bleiben, Tobi. Das ist immer noch verbuggt, ne? Tobi Natho und Play Message sind auf dem ersten Platz. So, jetzt nächste rechts hier, rechts rein. Ja, rechts rein, Tobi, ne? Danke, ja, danke. Super. Oh, du bist der hängen geblieben? Ja, schön. Ich auch. Rechts, 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 rechts. Links, links. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Einfach den Weg folgen. Genau. Schön, Tobi. Scharfe Rechtskurve. Ganz scharfe Rechtskurve. Sehr schön. Unten wir uns einfach auf der Strecke bleiben. Links, 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 scharfe Linkskurve. Jetzt geht es ein bisschen geradeaus. Auf dem Weg bleiben einfach. Und dann schlängelt sich die Strecke jetzt. Achtung, da geht's rechts. Jetzt rechts. Ja, rechts, rechts, rechts. Schön. Links, 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 links. Links, 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 links. Rechts danach rechts, rechts. Schön. Schön, links, rechts, rechts, links, 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 links. Links, links. Links, links, links. Nein! Oh mein Gott, kommt wieder näher. Und da hinten geht's links. Links, 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 links. Ja! Geradeaus, geradeaus. Was für eine Action, ey. Geradeaus, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Geradeaus. Und jetzt... Alter, Alter! Der Benni ist so ein Drier, ey. Was für ein Pisser, ey. Benni! Rechts, rechts, rechts. Ich bin nicht von dir lege da. Der Benni ist aufgeregt, du holst ihn. Links, 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 hinterher. Was? Jawoll! Was? Was ist... Hä? Hä? Da steht ein Schirm, das soll da. Rechts, 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 rechts. Runter, 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 runter. Oh mein Gott! Alter, was war das denn gerade? Ich bin gerade noch verwirrt. Links, links, links. Da durch, da durch. Ja, schön. Jetzt rechts halten. Rechts, rechts, rechts. Genau, genau. Links, links. Den Weg folgen, links. Links, links. Und die nächste? Rechts, 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 rechts. Da rein, da rein. Links. Super. Mega voll pro. Gas geben, Gas geben. Schön. Oh, schön. Oh, oh. Und danach links. Jetzt links auf die Straße. Links auf die Straße, Straße folgen. Gib Vollgas. Komm, Wheelie. Alter, was war das gerade, was wir erlebt haben, Tobi? Sorry. Ich hab keine Ahnung. Ich da stand auf einmal so ein Soldat zum Schweben, ne? Wir waren plötzlich weg. Ja. Ohne Scheiß. Das war so buggy. Alter, du musst wheelen, sonst kommen wir ja nicht weit. Die Straße ist einfach folgend. Es ist ein ganz langer Weg jetzt. Genau. Heb mal einmal kurz das Wurfeld an. Wir kommen zu schnell. Wir kommen jetzt wieder nach vorne. Genau, super. Wir sind voll langsam irgendwie. Ja, Wheelie-Runde. Ja, Wheelie-Runde. Wir haben auch. Wir haben auch. Ne, ich lass es lieber auf. Komm, hier auf der Gerade. Jetzt ist super. Super Wheelie-Time hier. Ist ein ganz Gerade. Sonst kommen wir da nie ran. Und jetzt, Achtung, links. Da rein. In den Feldweg. Rechts. Genau. Ich dachte so. Und jetzt rechts. Hier nach. Nein, weiter, weiter. Ach, Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Hier hab ich's nicht gesehen. Den kleinen Scheißweg. Und jetzt links. Hier rechts. Rechts. Weiter, geradeaus. Weiter, geradeaus. Weiter, geradeaus. Jetzt links. Genau. Nochmal. Links. Auf dem Weg bleiben. Geradeaus. Geradeaus. Und jetzt links in diese Nische, wo wir eben falschlicherweise reingefahren sind. Sehr schön. Und jetzt nach rechts. Nach links. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Noch mal nach rechts. Ach. Und geradeaus. Eieieiei. Wie kriegen die noch, Tobi? Die machen noch Scheiße bestimmt. Ich hoff's. Ey, was machst du? So, jetzt musst du wieder hier hoch. Rechts. Ich stell dir voll vor die Pöller vor. Auf der Stecke bleiben. Rechts halten. Genau. Genau. Immer mit der Ruhe. Das kennst du ja noch, das Stückchen. Genau, Tobi. Einfach den Weg folgen. Und jetzt die nächste Abzweigung rechts. Und dann den Weg folgen. Verpassen. Gib ruhig Gas. Gib ruhig Gas ein bisschen. Rechts. Hier lang? Ja, einfach den Weg folgen. Genau. Guck mal jetzt hier links hoch. Klar. Ja, den Weg folgen. Links. Und jetzt kommt eine scharfe Rechtskurve. Guck mal den Weg folgen. Jetzt hier rechts runter. Links. Das wäre auf jeden Fall eine Revanche. Oh. Genau, hier muss ich ja nichts sagen. Den Weg folgen einfach. Rechts geht's jetzt. Links, links, links. Jawoll. Voll Gas. Ah, der Benni fährt fehlerfrei gerade. Scheiße. Ja. Läuft super. Aber wir hatten vorhin einen echt kuriosen Fehler gehabt. Ja, das war echt kacke. Wow. Links, 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 links. Genau, schön auf dem Weg bleiben. Und dann links. Wunderbar machst du das. Jetzt rechts wieder. Du bekommst auch näher ran. Der Benni. Ja, wie sitzt du im Nacken? Links. Links, links. Weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Links. Weiter geradeaus. Genau, rechts. Weiter geradeaus. Und die nächste Möglichkeit rechts. Rechts. Jawoll. Geradeaus. Und jetzt links. Genau. Einfach folgen. Geradeaus. Links, 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 links. Und durch diesen Tunnel da. Jawoll. Genau. Super. Schön, Tobi. Super. Und links. Auf dem Weg bleiben. Jetzt einfach wieder auf die Straße drauf. Rechts. Jetzt hier rein. Links. Ja, super. Links. Jetzt kannst du voll durchziehen. Hast du gut gemacht. Geradeaus in die nächste Möglichkeit links. Jetzt durchziehen. Wir holen. Ey, wir holen die nicht mit der verkackten Sanchez. Sanchez. Ne, die zieht überhaupt nicht. Hätten wir die Akuma, hätten wir die bekommen wahrscheinlich, ne? Es ist so lahm gerade. Ja, es ist wie mit einer Vespa, ey. Wie geil. Wir haben wohl die Loser Motorradhelme. Aber es lag an mir, nicht an dir, Tobi. Ich habe es verdollt. Am Anfang. Nee, ach Quatsch. So, aufpassen. Da kommen uns jetzt ein paar Fahrer entgegen. Genau. Vielleicht crashen sie dagegen. Die Karre ist so lahm. Muss jetzt links rein. Post, hier kommt Fahrrad, 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 Fahrrad. Achtung, Achtung. Jetzt wieder rechts. Und jetzt hier links rein. Wir haben einen Weg gut gemacht, weil der Benni angehalten hat. Links, links, links. Sehr schön. Und jetzt die nächste Möglichkeit rechts. Nein, nicht da. Schön. Weiter hinten. Wunderbar. Ja. Nochmal links. Jetzt haben wir es doch gleich. Und mit dem Parcours und dann sind wir durch. Jawoll. Super. Scheiße knapp. Übergemacht. Schade, haben wir es sogar noch angehoben. Aber relativ knapp noch. Schön. Sehr gut. Ihr seid noch angekommen. Ach, verkackte Scheiße, Mann. Ja, ganz klar, du kannst ja nichts. Jawoll, schön gemacht. Ja, Level 35. Fahren darf ich nicht. Ich darf nie fahren. Ich darf nie fahren. Ich will eine Wiederholung. Ich darf nicht als Lenkrad. Ich will eine Wiederholung, verdammte Hake. Ja, die kriegste. Mann. Wiederholung. Ja, gefällt mir. Ihr habt sogar die schnellste Runde gefahren. Ja. Ja, am Ende waren wir gut koordiniert. In der zweiten Runde waren wir gut. In der ersten habe ich noch ein bisschen gebraucht, wie ich das mache. Weil ich bin ja zum ersten Mal Beifahrer gewesen. Und da habe ich am Anfang dann ein bisschen verkackelt. Ja, seid ihr alle schon Profis, wisst ihr? Man muss halt wirklich alles sagen, ne? Ja, man vergisst es. Ja, das denkt er sich schon, aber funktioniert nicht. Forget it, Alter. Forget it. Okay, Wiederholung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich ja Glück. Haben wir jetzt zwei Rallyefolgen hintereinander? Ja, machen wir nochmal dieselben Teams, oder was? Ja. Dann haben wir übrigens eine andere Fahrt. Jetzt wird der Curry wieder Beifahrer bestimmen. Ja. Wette, fünf Euro. Wer wettet dagegen? Wette, fünf Dollar hier im Spiel. Okay, Motorräder lassen wir nochmal drin, oder? War eigentlich ganz cool. Joa. Joa. Kann man machen. Der Speck geht eh nix anderes, oder? Okay, dann mache ich jetzt Beifahrer. Nee, es geht eh nix anderes, glaube ich. So, dann mache ich nochmal Fahrer. Nee, Tobi, fahr du ruhig. Ja? Ja, fahr du ruhig nochmal. Ich bin ja in der letzten Folge zweimal gefahren. Einmal erfolgreich, einmal weniger, weil ich dann so ganz kurz vorm Ziel bin. Mann, ja, ich hab da kack, ich weiß. Okay, los geht's. So. Ich, ich hab keine Hoffnung, aber... Bei einem Rallye-Rennen ist eine gerade Spielerzahl erforderlich. Oh, muss ich jetzt irgendwie kicken, oder was? Ja, muss ich irgendwie kicken, ne? Ja. Oder warten, oder? Ja, passiert da leider nix. Sonst kicken wir diesen Currywurst. Keiner will mitspielen. Keiner will mitspielen. Ich hab einen gekickt. Muss dich leider. Sorry, nicht böse sein, mein Lieber, aber... Ach, du Heilige. Und jetzt geht's los. Jetzt aber hier. Ah! Ah! Partner Beliebig steht jetzt hier. Ändern. Ja, abgeändert. Alter. Alter, was jetzt abgeht. Hä? Wer zur Holle ist jetzt ja alles dabei? Wer zur Frau Holle? Wieso? Wer zur Frau Holle ist jetzt alles dabei? Was denn? Hä? Tobis Fahrrad hat geklappt auf Anhem. Hä? Ich bin beim Tobi. Ich bin nur bei Benni. Hä? Ach ne, ich bin bei... Jetzt fahre ich hier mit so nem Bimbo. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ne, das machen wir jetzt. Komm, das wird lustig. Die können uns nicht hören. Ja, was soll ich denn machen? Mal gucken, wer erst da wird. Ja, Benni und die Alchemisten können hier... Die haben schon gewonnen jetzt. Benni und die Alchemisten? Ich bin also die Alchemisten, ja. Alles klar, Kevin. Ach Tobi und Benni sind zusammen? Ja, schon seit zwei Jahren. Wäre lustig gewesen, wenn wir irgendwie den anderen hätten. Oh Gott. Alter, jetzt... Oh ne. Wer war da hinten bei der Alten draufgeiert, Alter? Notgeiler Bock, Alter. Ohlala. Ich aber auch. Okay, meinst du, der kann sich das denken? Der muss ja den anderen nur hinterher fahren, theoretisch. So, links. Tundra ernsthaft. Tundra ernsthaft. Weiter, weiter. Hier links. Links, links, man. Links, decken, 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 links. Was macht der denn? Und rechts? Was macht der denn? Rechts, rechts, rechts. Alter, der kann die Strecke, man. Und jetzt bitte verreicht. Und wieder rechts. Saugeil. Der kennt die Strecke echt. Alter, wie geil ist das denn? Ja, ihr kennt die Strecke schon, ey. Wenn der euch besiegt. Jawoll. Ey, holt euch auf. Nein. Ey, warum sind wir so langsam? Ja, Mann. Was ist denn los? Oh, Kopf in den Kopf rein. Oh, Alter, wo kommt der Golf? Alter. Wo kommen die denn her? Hey, warum sind wir so langsam? Alter. Hier. Und jetzt rechts. Oh, ich hoffe, er weiß, decken, den kriegst, kriegst, kriegst. Jawoll, jawoll. Oh, scheiße, ist das geil. Boah, lustig. Du zeigst mir gerade den Fuckfänger. Ey, Benni, du darfst nix sagen, ne? Wie, ich darf nix sagen. Ja, das ist doch viel besser. Alter. Das ist scheiße. Du darfst eigentlich nix sagen am besten. Dann sind wir alle gleiche Chance. Okay, dann gucke ich einfach, dass ihr so lange wie möglich vor mir bleibt. Das wäre eigentlich lustig. Schieß sie ab. Schieß sie ab. Ich versuch's. Das macht man nicht. Nicht? Nee. Alter, nein. Boah, nein. Oh nein. Nein, er fällt falsch, er fällt falsch. Nein, wir sind runtergefallen. Oh nein. Jetzt sind wir runtergefallen. Nein, zwei von drei. Wir sind im Busch. Links. Du bist noch Zweiter. Oh Gott. Das war's. Boah. Ich glaube, so einigermaßen kenne ich die Strecke aber mittlerweile auch. Ja, ich kenne die auch. Oh, Fuck. Jawoll. Jetzt sind wir letzter. Mist. Jetzt rechts. Links rum. Ah, durch diesen Tunnel, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant, ne? Ey, du gibst dem Tobi ja Hinweise. Nein. Nein, rechts, links. Siehst du das? Ja, das habe ich gesehen, ja. Machst du das nicht. Achso, ja. Ich kann ja die File-Tasten aktivieren. Oh, oh. Ach, stimmt. Ja, du kannst dir das sagen, das mache ich auch die ganze Zeit. Das mache ich die ganze Zeit nicht. Oh nein. Oh, ich bin tot. Alter, ich bin tot. Wieder dasselbe Problem wie eben. Ich verstehe, das hatte ich eben ja nie gesagt. Nein, 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 nein. So, das sind die Gegner. Ja, ihr habt gewonnen. Wir haben keine Chance. Ich dachte, ihr gegeben gar keine Hinweise, dachte ich. Weißt du? Der Benni gibt mir keine Hinweise. Nein. Nee. Aber wenn wir jetzt mit dem File-Tasten... Hier rein, nee, ne? Nee. Nee, nee, nee. Da muss ich auch Hinweise geben. Auch schön, die ganzen Ränder als Beobachter zu reden. Oh Gott, wir sind gleich bei euch dran. Das wäre lustiger gewesen, hätten wir gar nicht gesagt, wer oder wie oder was. Ja, wir sind da über euch dran. Oh, oh, die kommen ja tatsächlich da hinten, müssen da los. Mach dir nichts draus denken. Die Gebüsch-Aktion hat uns reingerissen. Nein. Und ich bin es gewöhnt, letzter zu werden. Alter, das ist voll verzögert. Wie verzögert ist das denn? Einfach nachfahren. Einfach nachfahren. Jawoll. Nein. Nein, nein. Er fährt... Was tut er? Ich kann ihm nicht sagen, geradeaus. Nein. Jawoll. Man kann ihm nicht geradeaus sagen. Yes. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ja, Mann. Jetzt hier. Wo bist du denn, Kari? Wo fährt er denn hin? Fährt er hin? Was macht ihr da? Tschüss. Oh Gott. Jetzt fährt er den anderen nach. Jetzt fährt er euch nach. Oh Mann, ey. Geil. Aber wie sieht es aus immer vor euch? Ja, wie habt ihr das geschafft? Weil wir noch ein paar Kontrollpunkte mehr haben. Nein. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir sind extra runtergefahren. Denken, wir wären noch Zweiter, Mann. Wir muss ich danken, dem Denken. Ich glaube, der heißt Denken, oder? Oh Mann, das wird immer heiß. Ja, geht's bei euch ab. Bei uns ist es ganz schön langweilig. Ja, irgendwie schon. Soll ich mal irgendwie einen Berg runterfahren oder so? Ja. Wobei, nee. Nee, lieber nicht. Komm schon, wenigstens Zweiter. Nee, nee. Tundraining. Doch, doch. Nein. Voll gegen die Laterne. Nice. Oh, wir sind trotzdem noch da. Oh Gott. Oh, das bleibt noch mal spannend hier. Der zweite Platz. Ja, da müsste jetzt aber noch vieles passieren, dass wir euch noch einholen. Jetzt ist es schade, dass wir nur so wenige sind. Nein, der dreht sich, Alter. Nein, was macht der? Ja, ja. Nein. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Der fährt gegen den Baum. Ui, Alter. Ui. Ach, Alter. Das kanntest du doch jetzt. Scheiße. Ich dachte, denkt der sich schon. Nein. Nein, das Rennen wird aber übel spannend. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Jetzt sind wir wieder dran. Oh nein, was macht er? Ja, ja, ja. Nein, nein. Ja, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Zum Ziel. Oh Gott. Hol sie. Hol sie dir. Jawohl. Oh mein Gott. Oh. Nein. Nein. Wir sind. Wir sind. Oh. Ja. Das war's. Ja, Tobi. Das war's. Geil. Geil. Ja, easy going. Super gemacht, Alter. Wir rocken einfach immer. Ist einfach so. Man kann das aber auch eigentlich ganz gut so spielen, ohne Mikro, finde ich. Wenn man sich einmal konzentriert. Ja, also mit den Pfeilen. Komm schon. Komm schon. Alles noch gut. Aber hat schon Vorteile, wenn man noch ein bisschen mehr Tipps geben kann. Es kann alles noch schief gehen. Das stimmt. Da muss nur einer mal da hinten an der Stelle verfahren. Oh Mann, es bleibt spannend. Oh, wir holen auf. Warum? Ich weiß es nicht. Wir müssen noch leichter sein. Im Gebüsch. Komm schon. Das liegt am Aufholen, dass es eingestellt ist. Ich wollte eigentlich rückwärts reinfahren. Damit war es spannender. Ja, wäre auch cool gewesen. Oder das Motorrad reintragen. Und jetzt weiter geradeaus fahren. Bitte nicht abbiegen, bitte nicht abbiegen. Weiter geradeaus. Und jetzt hier. Oh yeah. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. Nicht so im Hintergrund, ey. Mit dieser Hose. Das war's. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Geil. Mann. Ja. Ja. Dings haben wir das gewonnen. Wenigsten fahren wir das gewonnen. Weil wir extra runtergefahren sind. Ja klar, ne. Ja klar. Ja, ehrlich. Ihr und eure stümperhaften Ausreden. Yeah, Tobi. High five. Aber so richtig. Gut gerockt, ey. Die Jungs hier. Na gut. Ihr lagt natürlich auch im Vorteil auf eine gewisse Art. Ja, ja. Na und? Gefällt mir jetzt nicht mehr. Nur ein bisschen. Nö. Mir auch nicht. Also, ne. Doch, ich hab schon Gefällt mir gemacht. Aber mir, ne. Mir gefällt es nicht. Kann's vergessen. Herr Curry. Ja, wenn du Eier hast machst du nicht. Gefällt mir, komm. Die Siegelsträhne reißt ab, ne? Warte, warte, warte. Na komm, Kevin, los. Hätte ich dir gegeben, Tobi. Was hättest du mir gegeben? Was hättest du mir gegeben? Guck mal, komm her. Bam. Oh, richtiger Gangster, ey. Richtiger Gangster. Boah, mitten ins Gesicht. Ja. Bitte was? Ja. Okay. Oh, der Tundra hat sich grad entschuldigt. Darf ich euch nochmal im Freimmodus erschießen? Der Tundra kann ja nix dafür. Das ist doch alles easy hier. Nee, kein Ding. Hätten wir, wenn wir verloren. Ja komm, alle auf den Tobi. Ich danke schön nochmal an meinen tafferen Mitschreiter hier, der echt super gefahren ist. Am Anfang dachte ich, wir machen das komplett ohne Zeichen, ohne alles. Ja, das dachte ich auch, aber Tobi muss ja wieder unfair spielen. Ja, weißt du, Tobi und Benni, Alter, die Cheater. Ja. Also, mir gefallen meine 9000, die ich auf dem Konto hab, jetzt war's gut. Ja klar, du alter Gammler. Ja. Ja. Reicht mir langsam mit dir. Krass da aus. Information an die Gebührenstelle. Könnt ihr das, wenn dir so ein Schweineschlachen rausrutscht? Lach mal Schweinesch gerade einmal. Schön, das kennst du gut. Ja, ich weiß. Ab in den freien Modus. Ab in den freien Modus. Würde, ich kann ja nochmal einen freien Modus kurz erschießen. Ja, ich auch. Ich glaub wir kommen eh nicht in eine Lobby. Also ich am liebsten den Tobi. Oh, einer ist hier. Oh doch, guck mal. Oh doch, der Benni und der, oh der Walle ist auch da. Oh, alle hier. Tschüss Tobi. Alter. Das war super. Das ist ja genau das Richtige für mich. In your face. Und das Rennen hab ich trotzdem gewonnen, Kevin. Tundra Golf. Wer hat mich da. Die Eichemisten hab ich nicht mehr geschossen. Was ist da los? Was ist da nur los? Was ist da nur los? Was soll das denn? Also bitte was? Also ne. Na komm, such mich. Boah, Tundra Golf hat mich ausgelöscht, Alter. Ich gab's nicht zu gut. Wie viel Mutti hat der denn, der Typ? Der hat einfach einen Raketenwerfer. Oh. Raketenwerfer. Weißt du, Tundra ey. Und ich dachte, ne. Was war denn das? Ich hab dich im Busch fertig gemacht. Ja, ja. Aus dem Busch heraus. Ah, Tundra. Kleiner Buschmann. Shit, ich hab ein bisschen erwischt, aber er ist dann wieder gerollt. Wie mit rolle ich nochmal? Ich will das jetzt mal trainieren kurz. Mit X, ne. Anvisieren und dann X, ne. Kevin. Ah, Tobi. Beide gestorben. Nein! Ah, das tat gut. Weißt du, du triffst mich noch nicht mal. Ich hab ne Snipe, Alter. Du darfst ganz schön rein entfernen. Oh Mann, ich hätte nicht fast gehabt. Nix da. Keiße. Weißt du, weißt du, ich hab ne Snipe und er schießt mich mit dem MP ab. Das ist ja richtig. Da ist er ja. Richtig. Da ist er schon wieder. Ne Kevin. Der Rolli. Dem Benni. Boah. Da kommt der mit Raketenwerfer, weißt du. Ah, der war da hinten. Shit. Ich hab den Tundra-Greif gar nicht kommen sehen. Ich hab mich auf Curry konzentriert, wollte den erschießen, dann haben wir Tundra plötzlich daneben. Ja, der Tundra, ne. Der spielt immer mit unfairen Sachen. Quatsch. Da muss er doch sein. Oh, toll. Jetzt ist er schon tot, ey. Du bist nicht drauf gegangen, ne Benni? Ne, leider nicht. Schade. Was heißt leider? Aus deiner Perspektive. Ja, aus meiner durchaus. Schwein! Wer kommt denn da schon wieder hinter mir? Oh, wer ist denn da gestolpert? Ach ja, der Kevin wieder. Bord von zwei Seiten, ey. Seid da oben. Richtig genudelt, alter. Was? Was? Richtig gewurstet. Nix da. Was machen wir hier jetzt eigentlich? Wir machen Scheiße, wie immer. Ja, muss ja auch mal sein. Wer läuft denn da vorne? Wer läuft denn da vorne? Nö. Was? Was? Ja. Weiß uns krass, du kleiner Spaten. Da. Voll der Gangster. Wichtiger COD-Spieler. Ach. Oh. Scheiße, der wollte eigentlich gar nicht, dass ich ihn töte. Verdammt. Na egal. Jetzt habe ich Blut geleckt. Fader. Ich hätte dich gerne mit einer Granate getrunken. Alter, tut man mit einer Shotgun? Was? Ah, fuck. Du hast die Rolle benutzt. Ja, Mann. Du, Alter, Roller. Richtig, das ist... Geh doch zu, zu Roller, ey. Roller dich raus hier. Roller dich da, Alter. Was? Roller dich raus. Roller dich raus. Roller dich raus. Nehm ich eigentlich auch nicht die Waffe. Ich hab da eine viel bessere. Die Waffe? Komm her jetzt. Die Waffe. Die Waffe. Boah, jetzt hätte ich Bock auf Waffeln gerade. Oh, ich stolper hier den Berg gerade runter. Ist aber gar nicht cool was ich mache. Wer rennt da denn? Da schießt doch wer, weißt du? Wer ist das da vorne? Weißt du? Weißt du, Tundra, ey, weißt du? Alter, das gibt's doch nicht. Oh, Benni auch. Der Benni, ey. Der Benni, ey. Oh nein, der Benni hat mich von der Seite geclaimt, einfach. Bist du schnell aus der Crew ausgetreten, oder warum? Ich hab mich nicht gesehen. Nein, ich wollte es auch mal machen gerade und ich hab es nicht hinbekommen. Fuck. Du siehst übrigens die anderen nicht, weil wir in einem Deathmatch sind gerade. Ah, okay. In einem Deathmatch? Deathmatch? Deathmatch. Deathmatch. Mit F. Oh, da unten rennt ja der Fiftywale. Fiftywale! Aber ich hab's probiert, ich hab's probiert. Hast du gesehen? Ja, du hast die Rolle hingekriegt. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich muss ja Curry hooten. Von beiden sein, greiben sie mich an. Denken wieder, weißt du? Das soll ich denn machen. Jetzt hab ich wieder eine Niederlagenserie. Wer kommt denn da schon wieder? Tundra, natürlich. Tundra, Tundra! Tundra! Habe ich nicht denken gerade, warum hab ich aufgeballert? Wer fährt denn da hinten weg? Ach, da hat da fährt überhaupt niemand weg. Der Tundra war nix persönliches. Wir haben ja Rennen zusammengeschlagen und so. Das ist der kleine Kevin. Hila hinten. Was hast du gesagt, Tobi? Ja, Mann. Oh, wer wurde da gerade abgemacht? Der war ne. Also ne. Curry. Im Auto, das ist echt peinlich. So nicht. Der Tobi stand da. So, jetzt kriegst du jetzt. Der Tundra hat uns alle kalt gemacht. Habe ich auch keine Lust mehr. Was? Ja, Mann. So läuft der jetzt so nicht anders. Bist du dir da sicher? Mhm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, komm. Ah, denken. Toll. Da wurde ich von der anderen Seite rumgedeigselt. Schade, ich hatte so ne schöne Position, um dich niederzumachen. Wäre nix persönliches gewesen. Niederzumachen? Ja, das wäre nix. Oh, jetzt kommen die Bullen und Passauni. Ja, Mann. Oh, Tobi, ey. Oh, Tobi, ey. Oh, Tobi, du bist doch echt ein... Nee. Gewinn. Tobi. Alter, da hängt der Denken da eiskalt ab. Und ich hab den nicht gesehen, weil ich die ganze Zeit nur den blöden Curry angezeigt habe. Was war das denn, Alter? Wie die dich umfahren, Alter, eiskalt. Hört ja nicht mal Sterne. Jetzt schon. Nein. Was ist? Der Denken hängt da am Auto ab. Alter, ich werd hier gerade weggesportet. Das ist ja wieder... Wirklich? Okay. Jetzt, Tobi, jetzt hör... Lasset doch mal. Ach, das ist der Denken schon wieder. Nee, das war ich. Ach, nee. Ja. Das ist echt ein Problem, wenn die im Deathmatch sind und die anderen nicht, ne? Und du die Hände, die dich auf der Minimap sehen und... Wir sollten das mal beenden, ne? Die lassen uns ja nicht. Die lassen uns ja nicht. Da, siehste, geht schon wieder los. Mann. Kevin, jetzt bleib doch mal stehen. Ich kräfte dich nicht. Ich kräfte dich nicht, wenn du nicht so rennst. Dann bleib doch mal stehen. Mann. Nee, tust du nicht. Doch, doch, doch. Mach ich jetzt wohl. Ui. Nein, Kevin. Oh Gott. Wie geil. Hä? Ich hab doch gerade wen getroffen, oder? Hab ich keinen erledigt? Das zählt dann nicht, oder was? Hast du Besuch gerade? Weil niemand getroffen hast? Alter, das ist so übel, wenn nicht alle auf der Minimap sehen und ich die nicht. Oh, hey. Boah. Also kann man nicht irgendwie aus dem Deathmatch austreten? Nee, irgendwie nicht, ne? Ja, doch. Sag. Ach cool. Kevin, bleib stehen! Danke, so ist es deutlich angenehmer. Weißt du, diese Rolle ist so OP einfach. Ja, Samsung. Ey, was ist denn mit diesem Denken los? Der denkt. Der soll mal nachdenken. Warum? Der ist ein guter Mann. Ja, der ballert mich dauernd ab. Ja, wundert's dich? Und dich würde ich auch mal fordern. Jetzt mal ganz ehrlich. Hallo, Tobi. Weißt du, weißt du, ich hab schon wieder ne Snipe in der Hand und er kommt mit seiner Fick-MP, ey. So. Nee, Kevin. Meine heißt Bertha, ja? Wenn ich bitten darf. Wenn, dann schon mit meiner Fick-Bertha. Da visiert dir die verkackten Cops an, Alter, hinter dir. Das war mein Trick. Ja, klar. Fühlte gleich Trick, Alter. Komm doch hin. Hallo, Tobi. Komm ich, wirst du sehen, komm ich, wirst du sehen. Nee. Weißt du, vorher lief ich einfach. Hallo, Walle. Ah, scheiße. Jetzt kommt auch noch der Benni dazu. Da war ich zu, war ich zu euphorisch. Benni. Oh, Benni. Oh, die Cops nerven halt wieder, ne? Nein! Denken! Über was denn? Oh, ich rutsche. Oh, hey. Oh, ich komm hier gar nicht hoch. Also, der war fies. Der war fies. Der war fies, ja, ich weiß. Sechs Euro und das Auto da. Denken. 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 Muss nachdenken diesmal. Sorry, nichts persönliches. Was weiß. Ja, das wird. Das wird jetzt mein Schicksal. Sag mal! Oh, ich hab dich noch erwischt, oder? Ne, ich geh's auch. Ja, aber ich hab dich noch erwischt, oder? Ja, aber ich hab dich noch erwischt. Ja, aber ich hab dich auch noch erwischt. Ja, aber ich hab dich noch erwischt. Ja, ja, ich hab dich schon sehr angestellt. Tobi fahr doch nicht weg, bleibt doch bei der Party. Der Tobi haut ab, oder ne? Ach nee, das ist Benny, den will ich nicht töten. Bofi, komm doch her. Was ist denn los? Kewin. Was? Kevin, was ist denn los? Fuck. Kewin. Da habe ich mir auch auf so einen Curry konzentriert. Ach ja. Ja, so kann man auch mal... Ne? Mist. Nein, nee. Denken schon wieder. Alter, wie geht der Junge denn ab, bitte? Oh, der ist clever. Ja, jetzt hat er euch mal auf dem Gewissen. Freut dich doch? Ah, jetzt hat der Curry mich an so ein Gefecht gegen Denken war. Denken, nein. Doch, der ist doch mittendrin, der macht jetzt mit hier bei dem Fall. Mittendrin, du bist ja nur dabei. Auf jeden Fall. Wir machen die voll die überlange Folge wieder, ne? Ja, irgendwie schon. Alles, aber es macht doch gerade irgendwie Bock. Ach, Mann. Ach, Benni, komm. Denken ist jetzt mit dabei. Wo ist er denn? Oh, tot. Wunderschöne Leistung einfach. Ich bin noch zu weit entfernt, um mich anzuwählen. Ich habe noch gerade die Rolle gemacht. Fuck. War eine knappe Nummer. Ich habe dich aber auch getroffen, gerade. War es angesehen? Ja, ja, ja. Bei Noddy Range. Ach, dann kommt er wieder von hinten. Kevin! Der Benni ist der Westphal. Nein, ich wollte Polizei Autofahren. Oh. Oh, no. Benni! Das war cool. Das war cool. Nein! Das war cool. Balle! Oh, ich wurde entschuldigt. Die Curry haben wir, wir beiden Bastarde, ey. Ich lebe noch, ich lebe noch. Komm raus, Tobi. Und dann steige ich ein. Bitte was? Oh Gott. Und ich bin tot. Gerade, eigentlich wollte ich dich... Ja, das wäre mir auch angenehmer gewesen, eigentlich. Ich habe dich gerecht dafür. Sag mal was. Das ist lieb. Das ist sehr lieb von dir. Hä? Wie kann man gar nicht durch? Ja, hallo, Linken. Oder Kasachseto. Kasachseto. Nein! Scheiße. Das Auto konnte sich voll nicht lenken gerade, ey. Schön, ey. Schön. Wie er gleich seine Chance sieht. Wie so ein kleines Wiesel, Alter. Ja, natürlich. Machen wir einen, richtig? Boah. Alter, der Kasachseto ist richtig gut. Der hat mich schon viermal geballert. Aber der habe ich irgendwie auch nie auf der Hälfte gehabt. Boah. Lange durchgehalten, ey. Ich probiere ja immer, euch zu töten zuerst. Aber warte jetzt. Komm. Ah! Fuck. Gerade die Waffe gewählt und schon tot. Beim Respawn, ey, lady. Was ist das, nur kleine Welt? Nein. Ja, es kann manchmal wirklich traurig sein, ne? Manchmal. Denken schon wieder. Kann es wirklich traurig sein. Manchmal wird zu viel gedacht hier. Oh. Der Denken. 7 zu 1. Boah. Keine Chance gegen ihn. Beim Denken geht es bei mir noch. Aber der Kasachseto, oder wie heißt. Wie kommt denn da angerauscht? Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ach, du hast du. Das war ich. Dankeschön. 7 zu 8. Ich habe übrigens aufgeholt ein bisschen. Ja. 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 Aber immerhin habe ich 7 zu 8 gegen dich. Das ist für mich ganz gut. Das ist für dich ganz gut. Ja, ich bin nämlich eigentlich eine schlechte Spieler, weißt du. Lagen sie alle immer. Mir mitten ins Gesicht. Ganz auch gar nix. Weiter Kackbohnen. Ah Mist. Jetzt hör doch auf. Ich bin tot. Nein, ich lade nach. Fuck. Fuck. Ich musste nachladen. Ihr pisst, Nelken. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. auch noch eine Pause machen, oder? Einer geht noch! Einer geht noch! Vom Wegen, Benni! Ich habe keine Muni! Ah, ich wollte gerade die Wolle machen! Aber da haben mich die Cops erwischt! Ja, kleiner Rollmops! Ja, Rollmops! Keine lustige Abschluss hier! Wer spawnt da gerade? Oh nein! Oh nein, jetzt visiert er die Cops an! Irgendwie ätzend! Nein, scheiße! Oh nein! Der Tundro Golf hat mich ausgeknipst! Oh, faule! Ich habe leider keine Muni mehr! Ich habe keine Chance gegen Benni! Ja, müssen wir jetzt wohl überhören, ne? Ja, also meine Waffe... Nicht ohne Denken noch einmal zurecht, ey! Nicht ohne Denken noch einmal zum Denken anzuregen! Boah! Geil! Welche Waffe ich auch für heute? Eine Mega-Wumme! Ach, geil! Dann bin ich immer gespannt! Wollen wir die noch ausprobieren gerade? Eine Mega-wumme! Wollen wir seit ihr? Nein! Ich wollte gerade auch der Ausweichtrick machen! Cào! Zack-zack-zack! Rat-tat-tat-ir alrededor! Die Kapp-What also!? Boah, Alter wie der sich noch weggerollt hat! Krass! Ach nee, weißt du, ey, komm. Nee, Walle. Wenn das mal nicht der Benni ist. Zack. Du warst denn? Du? Nee, nee, ich nick jetzt meinen Controller nieder. Ach, da hat er wieder Munition auf einmal. Ich habe eine Megawumme. Wie, eine Megawumme? Ja, die habe ich gerade noch gefunden. Wer hat denn noch im Rucksack gehabt? Unter dem Niveau. In der Hose. Wo kommt denn da, der Tundra? Ich denke, du gibst auf, Tobi. Weißt du, der Tundra, ich gebe dir den Headshot. Smashed worden. Wie der Benni jetzt rollt? Von Walle lasse ich mich nicht auslachen. Ist der Tobi voll der Kackbohne einfach, ist der voll weggesmashed worden. Nicht, so nicht. Alter, ihr werdet jetzt gleich so getötet. Wer kommt denn da hinter mir mit dem Auto lang? Oh, das Gefecht habe ich kaum gesehen. Ja, so wie auch. Ach, das ist das da. Oh, das ist tatsächlich ein Positiv für uns ausgehängt. Was ist denn das da? Da schieß du mal deine Muni leer. Oh, schade, genau, dass das passiert. Aber ich habe dich auch ein bisschen angestriffen, oder? Ja, ja. Alter, Tundra. Schade, ich dachte, ich kriege dich da in der Ecke. Tundra. Oh, Benni. Oh, Benni. Oh, Benni. Oh, Benni. Oh, was er für eine Wumme hat. Kommt so rum. Ja, dann hat die Überwaffe, ne? Kam mir auch gerade schon so spanisch vor. Verschießen wir da in der Muni und dann sowas, ja? Und ich komme hier gar nicht hoch. Hier wieder runterrutschen. Ups, dann komme ich halt zu dir auf. Doch nicht. Oder auch nicht. Ha, geil. Nehmt das hier, Penner. Alter, wie weit ich laufe, muss ich wieder bei euch bin. Das ist ja unfassbar. Missdenken konnte meiner Kanone entkommen. Was soll denn ein Auto besorgen? Das sagen sie alle, Curry. Das sagen sie alle. Aber bei mir stimmt es. Verschwellig, richtig in Erinnerungen. Wenn ich daran denke. Ja, so langsam, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich glaube, so langsam. Was war bei BVP? So langsam. Ich werde auch nur noch niedergeschossen hier. Oh ja, das war das war. Von Tundra. Ja, hören wir auf, komm. Adios, amigos. Tschö. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschö. Das war eine lange Folge, ne? War lang, ne? Ja, war mega, also fast so lange. Ich weiß, ne? Tschö. 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 Also übrigens die Karte. So sieht's aus. Tschö. Penis. Jetzt ist aber gut. Penis. Da reicht's mir jetzt. Aus. Uff. Aua.